Ausbilder haben eine besondere Rolle. Sie wollen berufliches Fachwissen vermitteln und eigenständiges Handeln beibringen. Gleichzeitig haben sie die Fürsorgepflicht für die Azubis, vor allem wenn es um Konflikte geht. Was kann ich tun, um mögliche Konflikte zu vermeiden? Konflikte gibt es überall, wo Menschen zusammenarbeiten und zusammenkommen. Das wichtigste Prinzip, um das zu vermeiden, besteht eigentlich darin, dass man miteinander redet, offen miteinander redet, weil Konflikte, wenn man die nicht anspricht, dann werden sie größer. Und dass man nachfragt, was die Gründe sein könnten. Was natürlich bei Konflikten zwischen Migranten und Deutschen immer wieder auf die Tagesordnung gebracht wird, ist die Tatsache, dass immer hinter einem Konflikt das Kulturelle gesucht wird. Und das kann möglich sein, muss aber nicht immer so sein. Deshalb sollte man erstmal auch schauen, ob da Individuelles vorliegt, ob man sich vielleicht nicht gut versteht, weil man einfach die Person X oder Y nicht mag, nicht weil der Syrer ist oder weil der Türke ist, sondern vielleicht weil der einfach als Mensch nicht passt. Und deshalb sollte man erst auf das Individuelle schauen und dann, wenn das geklärt ist, kann man immer noch auf die kulturelle Ebene gehen. Wie gehe ich am besten mit Klischees um? Klischees sind weit verbreitet und basieren längst nicht immer auf eigenen Erfahrungen. Ein Beispiel, was ich selbst in der Form nicht erfahren habe, ist, dass ein arabischer Mann eine Frau als Chefin nicht akzeptiert. Für ein unvoreingenommenes Miteinander sollte man Vorurteile im Vorfeld abbauen. Manchmal werden Frauen als unselbstständig angesehen, da sie ein Kopftuch tragen. Ich trage meinen Kopftuch aus religiösen Gründen und nicht, weil ich unselbstständig bin. Woran könnte es liegen, wenn Azubis nicht das machen, was ich als Auftrag gegeben habe? Manchmal ist es so, dass gerade Geflüchtete, Auszubildende die Aufgabenstellung erst gar nicht verstehen. Das liegt dann an der fehlenden Sprachkompetenz. Da mache ich das dann einfach so, dass ich mir einen anderen Auszubildenden raussuche und der dann quasi die Aufgabe nochmal umschreibt und erklärt. So habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der eine, der erklärt nochmal und lernt nochmal ein bisschen was von der Aufgabe. Und der andere lernt immer mehr Deutsch und versteht hinterher auch die Aufgabe. Alles ist neu war im Labor. Ich wusste nicht, wie konnte ich die Rohoperator einbauen. Aber hatten wir eine Praktikunterweisung bekommen, dann hat alles gut geklappt. Und was mache ich, wenn der Azubi mich offenbar nicht versteht, aber nicht nachfragt? In diesem Fall kann es sein, dass der Azubi Angst hat, sich bloßzustellen oder als jemand betrachtet zu werden, der es einfach nicht kapiert. Wenn der Azubi nicht nachfragt, würde ich in erster Linie darauf achten, ob er das sprachlich versteht. Vielleicht hat er das sprachlich nicht verstanden und hat Angst, darauf einzugehen, weil er denkt, ich habe das falsch verstanden. Das ist der eine, könnte der eine Grund sein. Der zweite Grund könnte sein, dass er vielleicht Angst hat, wenn ich nachfrage, dass er vielleicht gekündigt wird. Diese Angst ist irrational, aus unserer Sicht, aber für den Jugendlichen sehr rational, weil er vielleicht denkt, oh, ich werde vielleicht etwas vermitteln, dass ich nichts kann und das kann dazu führen, dass er diese Ängste hat. Und deshalb muss man den Jugendlichen stärken, dass man alle Fragen stellen darf und deshalb wird man aber nicht gekündigt. Was tue ich, wenn ich merke, dass der Azubi mehr kann, aber seine Potenziale nicht ausschöpft? Dass ein Azubi Leistung verweigert, ist eher unwahrscheinlich, da Azubis mit Fluchthintergrund in der Regel sehr hoch motiviert in die Ausbildung kommen. Wenn Leistung und Motivation nachlassen, können häufig Probleme außerhalb des Betriebs Grund dafür sein. Häufig sind es Sorgen um Angehörige in der Heimat oder Probleme mit der Wohnsituation. Um dies herauszufinden, könnte man ein einfühlsames Gespräch mit dem Azubi führen oder externe Hilfe holen. Was kann ich tun, wenn der Azubi mit anderen Kollegen in seiner Muttersprache spricht? Es kann durchaus vorkommen, dass zwei Azubis in seiner Muttersprache sprechen. Da hat dies ein Stück Heimat vermittelt und da man sich somit auch viel leichter ausdrücken kann und das Gespräch jemandem viel einfacher fällt. Wenn zwei Ausbilder in einer Gruppe natürlich in ihrer Muttersprache sprechen, muss der Ausbilder darauf hinweisen, dass das in dieser Form nicht funktioniert, weil die anderen ja natürlich auch das mitbekommen müssen. Aber wenn einer dem anderen sagt, naja, es ist besser, wenn ich das auf Arabisch oder auf Türkisch oder was auch immer erkläre, wenn das abgesprochen ist, kann man das ruhig machen, das ist auch gut so. Aber wild einfach in eigener Muttersprache so reden, das würde auch den Betriebsablauf a stören, b die anderen ausschließen. Ich glaube, das will man auch selber nicht. Deshalb muss man ganz klar und deutlich das vorher klären und dann auch sagen. Was mache ich, wenn der Azubi unpünktlich erscheint oder gar nicht zur Arbeit kommt? Für jeden Auszubildenden gelten die gleichen Arbeitsregeln. Gerade die Arbeitszeit ist fest geregelt. Wenn sowas vermehrt vorkommt, dann gehe ich auf den Azubi zu und spreche mit ihm. Vielleicht ist es so, dass er gerade in einer bestimmten Lebenssituation steckt und gerade nicht anders kann. Wenn ich sowas erörtert habe, dann suche ich meist das Gespräch auf mit dem Betreuer. Denn jeder geflüchtete Auszubildende hat bei sich einen Betreuer, der gerade für sowas zuständig ist. Und mit dem bespreche ich dann, wie es weitergehen soll. Denn jeder Auszubildende sollte wissen, wenn er sich nicht an die Arbeitszeiten oder an die Arbeitsregeln generell hält, kann er seine Ausbildung gefährden. Was tue ich, wenn der Azubi Probleme zu haben scheint, die sich auf seine Arbeit auswirken? Im ersten Schritt gehe ich auf den Azubi zu und teile meine Beobachtung mit. Dabei ist ganz wichtig zu beachten, dass der Azubi die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden, ob er es mir mitteilen möchte oder nicht. Ich setze den Fokus auf die Leistung. Dabei kann es natürlich vorkommen, dass der Azubi aufgrund seiner Erfahrungen von körperlichen oder psychischen Folgen berichtet. Ich selbst muss meine eigenen Grenzen kennen und in bestimmten Fällen auch einfach in der Lage sein, externe Hilfe dazuzuholen. Was tue ich, wenn es im Team Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber Kollegen aus anderen Ländern gibt? Wenn Diskriminierung gesichtet wird, muss der vorgesetzte Abteilungsleiter, der Ausbilder in der Lage sein, das anzusprechen, dass das hier nicht geduldet ist. Auch ganz einfache Witze über Herkunft sind nicht zulässig, weil das kann für die anderen verletzend sein. Ich glaube, wir sind alle Menschen und alle müssen sich gegenseitig akzeptieren. Und welche kulturelle Hintergründe haben, spielen eigentlich keine Rolle. Und das muss der Ausbilder klar und deutlich kommunizieren. Was tue ich, wenn der neue Azubi innerhalb des Teams eine Außenseiterrolle hat? Wenn man neu in einem Unternehmen ist, kann es sein, dass man die Abläufe noch nicht genau weiß und dass Zurückhaltung als Abgrenzung verstanden wird. Als erstes bespreche ich das mit meinem Team, inwieweit sie meine Auffassung teilen und ob sie dasselbe beobachtet haben. Danach gehe ich her und überlege mir, was für Gründe es für diese Rolle geben könnte. Zum Beispiel könnten es sprachliche Defizite sein, es könnten kulturelle Missverständnisse zur Rolle beigetragen haben und es auch verstärkt haben. Im nächsten Schritt gehe ich auf den Jugendlichen zu und frage, wie er seine Rolle wahrnimmt und ob er auch unzufrieden ist. Sollte er unzufrieden sein, kann ich dann mit ihm zusammen weitere Maßnahmen bestimmen, um seine Rolle zu verbessern. Sollte er unzufrieden sein, kann ich dann mit ihm zusammen besser Lehren Sollte es nicht mehr sein, denn sie brauchen erst mit ihm. Sollte er eindefenseer sein, kann ich es um die Rolle wählen. Vielen Dank.